Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wenn Sie in den nächsten Tagen in Ihrem GOB-Pladen einkaufen gehen, werden Sie feststellen, dass Sie alle Joghurte im 150g und 180g Becher zum Aktionspreis bekommen. Ein wenig konkreter heisst das, dass Sie bis zu 16 verschiedene Vollmilch-Joghurte, 4 Rahm-Joghurte, alle Joghurte aus der GOB-Naturaplan-Familie, Fitness-Joghurte und Sonige im Quattropack pro Becher 15 Rappen günstiger einkaufen. Kaum eine andere Produktgruppe verspricht so viel Abwechslung wie die von den Joghurten. Die Auswahl wird immer grösser und es werden laufend Neuheiten entwickelt. Ein Beispiel wäre das unvergleichlich cremige Rahm-Joghurt mit 8% frischem Rahm oder das erfrischende Quattro-Joghurt Vanilletbeer und Heimbeerbananen, ein stichfestes Joghurt, das auch dann durch den Preis besticht, wenn keine Aktion ist. Insgesamt 40 verschiedene Joghurte offerieren wir Ihnen, die es nur bei GOB gibt. Darunter natürlich der Durbrenner Naturaplan-Joghurt aus Biomilch und Früchte aus biologischem Anbau und einen guten alten Bekannten wie das Fitness-Joghurt, nach wie vor die beste Alternative für alle, die auf Kalorien wollen oder müssen, schauen. Die Auswahl, die Abwechslung und der günstige Preis stehen beim Joghurt im Vordergrund. Hinter den Kulissen spielt aber auch die Qualitätssicherung eine wichtige Rolle. Neben der Routinenkontrolle, ob z.B. die richtige Joghurtsorte auch im richtigen Becher gelandet ist, werden da der Geschmack, die Farbe, Konsistenz usw. mit geschultem Auge und Gaumen geprüft, und zwar jeden Tag. Nicht ohne Grund ist deshalb die Molkerei von GOB in Basel, wo ein grosser Teil der Joghurte hergestellt werden, von der Schweizerischen Vereinigung für Qualitäts- und Managementsysteme mit dem begehrten ISO 9001-Qualitätssicherungszertifikat ausgezeichnet worden. Gerade im Winter, wo man vielleicht etwas schwerer und mehr isst als sonst, sollte man auch der Verdauung mehr beachtig schenken. Und was gäbe es da Einfaches als ein Joghurt, das dank der Bakterienkulturen Darmflora günstig beeinflusst und darum als besonders verdauungsregulierend gilt? Dieser Burger schmeckt, denn er isst aus Getreide und Gemüse. Am besten wird er mit Salat serviert, nachdem er 10 Minuten ohne Fett gebraten hat. Den Burger Vegetal gibt es in vier Sorten von Bär, exklusiv bei Coop. Burger Vegetal isst stark und macht stark. Verschiedene Fische, fangfrisch, tiefgefroren und jederzeit bereit, finden Sie bei uns in der Tiefkühltruhe unter der Coop-Exklusiv-Marke Goldstar. Neu gibt es jetzt Filet Saint-Pierre, ein Tiefseefisch aus den klaren Gewässern bei Neuseeland. Fangquoten und Qualität dieses hervorragenden Fische werden von der neuseeländischen Regierung streng kontrolliert. Und wie Sie daheim daraus das Beste machen können, das verraten Ihnen jetzt der Küchenchef vom Restaurant Le Club auf dem Bürgerstock, Armin Amrain. Grüezi miteinander! Saint-Pierre ist tatsächlich ein feiner Fisch und eignet sich gut zum Grillieren. Ich serviere ihn zur Abwechslung mit Wirsing. Die einzelnen Blätter etwa 5 Minuten kochen und sofort in eine Schüssel mit kaltem Wasser und ein paar Eiswürfel legen. Dann gut abtropfen und in ein Stück schneiden. Kackte Schalotten und ein wenig Knoblauch im Anken andünsten. Den Rahmen und den Wirsing dazugeben und bei schwacher Hitze etwa 5 Minuten kochen lassen. Mit Salz und Pfeffer aus der Mühle abschmecken und zum Schluss Schlagrahm darin halten. Zempierfilet mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer würzen. Mit Olivenöl beträufeln und saftig grillieren. Den Wirsing auf vorgewärmte Teller verteilen. Den Fisch darauf anordnen und mit Kerbelblättchen garnieren. Wenn alles funktioniert, können wir auch dieses Rezept auf der Teletext-Seite 555 oder auf dem Internet abrufen. Viel Vergnügen und bis zum nächsten Mal. Ich kann nur sagen, so schnell wie möglich auszuprobieren. Jetzt zu der Goube Extra-Hitze. Tomaten aus Marokko und Spanien kosten pro Kilo nur 2,20 €. Und alle Sorten Nehmentaler sind pro Kilo 5 Franken günstiger. Biancomat Super Compact oder Compact Color im 2,5 Kilo Nachfühlbeutel gibt es für nur 7,90 €. Ausserdem offerieren wir Ihnen ein Herrenhemd aus Baumwolle, zusammen mit einem T-Shirt für sagenhafte 19 Franken. Und hier der Preisabschlag. Colgate Gel-Zampastat kommen Sie ab sofort über für nur 2,80 €. Und was steht diese Woche im Co-Prestaurant auf der Karte? Aha, ein Schweinsbraten an Galvados-Rahmsauce mit Nudeln und grünen Bohnen. Und das für weniger als 10 Franken. Noch mal ein Blick ins Markenfenster mit einem Produkt, das wir alle brauchen und das jetzt bei uns zum Aktionspreis erhältlich ist. Sie sehen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, es gibt wie immer viele Gründe, um bei Coop zu posten. Einen mehr ganz am Schluss des heutigen Coop-Studios. In unseren Blumenabteilungen sind jetzt nämlich wieder günstige Primen eingetroffen. Und vielleicht nehmen Sie ja selbst ein Stückchen Frühling zu sich nach Hause. Am besten gerade morgen. Auf Wiedersehen! 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 Auf Wiedersehen!